Rathaus und Sparkassenfiliale liegen in Johann-Georgenstadt bisher nah beieinander. Zwischen beiden Häusern befindet sich lediglich ein großer Parkplatz. Jetzt wird sich hier etwas bewegen. Die Stadt Johann-Georgenstadt kauft nämlich das ehemalige Sparkassengebäude an der Eibenstocker Straße. Das soll einen Anbau bekommen und zum neuen Rathaus werden. Das sei günstiger als das bisherige Rathaus zu sanieren und in seiner gesamten Fläche weiter zu betreiben. Ein Abriss des ehemaligen Kasernengebäudes in der Mittelstadt wird wohl unausweichlich sein. Das bedeutet, dass auch Musikschule und Bibliothek ein neues Domizil brauchen. Die Wohnungsbaugesellschaft und die Standortentwicklungsgesellschaft Johann-Georgenstadt kommen ins neue Rathaus. Der Selbstbedienungsbereich der Erzgebirgssparkasse soll in Johann-Georgenstadt erhalten bleiben.